Wenn Menschen atomisiert werden, werden sie in die Einsamkeit ihres Herzens eingeschlossen. Alexis de Tocqueville hat es gesagt. Ein französischer Politiker und Historiker. Und mit atomisiert hat er nicht gemeint, dass wir in die Atome zerfallen, sondern er hat auch etwas angesprochen, was in unserer heutigen Zeit, glaube ich, eins der Themen ist, mit denen wir uns viel und manche Menschen zu viel beschäftigen, nämlich mit der Einzigartigkeit. Wir wollen alle unverwechselbar sein. Wir wollen alle anders sein als alle anderen. Und natürlich, der Gedanke dahinter ist, dass wir nicht austauschbar sind, dass wir eine Rolle spielen in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung, in der Firma. Und da stecken wir aber total in einem Dilemma drinnen, weil wir wollen einzigartig sein und immer unverwechselbarer sein. Und je mehr wir anders sein wollen als der andere, keine Ahnung, ich ziehe mich ganz anders an, ich bewege mich ganz anders, ich lasse mir von anderen nichts sagen, ich mache das so, wie ich das nur will, dann merkt man schon langsam, wenn ich das so sage, was er damit gemeint hat. Nämlich, je mehr wir uns davon entfernen, was die anderen tun, desto einsamer werden wir. Ich lasse mir von anderen nichts sagen. Ich tue das so, wie ich will. Und wenn es einem nicht passt, dann soll er mich halt anklangt lassen, wie man in Wien sagt, also dann soll er mich halt in Ruhe lassen. Und das Dilemma dabei ist ja, dass wir unterbewusst etwas ganz anderes suchen. Nämlich unterbewusst wollen wir es ja vielen Menschen recht machen. Und jetzt werden jetzt ein paar sagen, nein, es ist mir egal, mache ich nicht, ich ziehe nur das an, was mir wichtig ist. Andererseits stehen wir schon drauf, wenn uns jemand ein Kompliment macht, weil wir eine tolle Kleidung haben, weil wir ein tolles Auto haben, weil wir eine tolle Präsentation gemacht haben, weil wir quasi nicht irgendwas klasse gemacht haben. Das geht mir auch so. Ich freue mich auch, wenn ihr zu meinen Videos sagt, oder zu meinen Auftritten sagt, das war toll. Ich kann auch nicht hergehen und sagen, aber mir egal, was ihr sagt, ich bin alleine. Dann wird halt die Zielgruppe sein Klang, der das gefällt. Und ich will jetzt gar nicht vom Geschäft oder so reden, sondern ich rede einfach von deiner Nachbarschaft, von deinen Freunden. Unterbewusst wollen wir es vielen Leuten recht machen. Aber an der Oberfläche versuchen wir einzigartig zu sein. Wir gleichen uns also in dem, was wir innen wollen, aber nach außen hin. Du kennst es ja, wenn ein T-Shirt kaufst, ein Oberteil kaufst und die Freundin hat genau das gleiche Oberteil auch gekauft. Ich meine, das geht gar nicht. Und witzigerweise sind da Frauen empfindlicher wie Männer. Beobachte das im Alltag bitte. Wir werden darüber sprechen, warum das so ist. Das liegt in der Pubertät schon begraben. Und der Ursprung dessen hat eine ganz alte Funktion. Wir werden extra darüber sprechen. Aber ich will kurz über das Dilemma sprechen, einzigartig zu sein und gleichzeitig die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Wir wollen vielen Menschen recht machen oder zumindest von vielen ein positives Feedback bekommen. Und jetzt gebe ich da vielleicht einen Denkernsatz, der dir vielleicht helfen wird bei dem ganzen Dilemma. Und zwar, du versuchst ja, weiß ich nicht, beim Bewerbungsgespräch den Personalentscheidern recht zu machen. Du als Führungskraft willst vielleicht deinen Kundinnen und Kunden recht machen oder vielleicht den Leuten, die ober dir sind. Du als Mutter oder als Vater willst den Kindern irgendwie recht machen. Man kennt das ja, man will cool sein für die Kinder. Man will, dass die Kinder ein positives Feedback den Eltern geben. Man will also Liebe haben. Man will es dem Partner, der Partnerin recht machen. Man will es der Nachbarschaft recht machen. Man will es jedem recht machen. Und dann kommt man irgendwann drauf, das geht sich nicht aus. Da wird man wahnsinnig. Wenn man in der Firma so ist, wie man in der Firma glaubt, sein zu müssen, in der Partnerschaft anders, bei den Kindern. Da wird man nicht mehr fertig. Und es gibt Menschen, die das tatsächlich versuchen. Und ich kenne niemanden, der da mit diesem Weg glücklich worden ist. Es gibt nur zwei Auswege. Entweder du wirst da echt verhärmt, im Sinne von, wenn es dir nicht passt, dann lass mich halt. Weil man so oft gescheitert ist an seinem eigenen Anspruch, es den Menschen rund um sich recht zu machen, dass man irgendwann sagt, jetzt pfeife ich drauf, braucht niemanden mehr. Und das ist die erste Möglichkeit. Und das ist für mich eine ganz schlimme Möglichkeit, wenn man an seinen Ansprüchen gescheitert ist und dann der Umwelt quasi den Missfalten darüber mitteilt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man völlig verschreckt ist. Dass man, weiß ich nicht, man macht etwas, was dem Chef, der Chefin nicht gepasst hat. Und die sagt, nein, das ist nicht so gut. Sorry, wie wollen Sie es denn? Also so total verschreckt. Und total vor den Kindern oder vom Partner, vor der Partnerin total verschreckt, total defensiv ist, weil man immer glaubt, man muss noch ein bisschen mehr machen, um es dem anderen recht zu machen. Und der Schlüssel dessen ist, glaube ich, dass wir da einfach zu schwach sind. Ja, ich meine auch die. Wenn die das betrifft, dann bist du da zu schwach. Und zwar nicht zu schwach im Sinne von, zeig es dem anderen, gib ihnen Widerstand. Sondern schwach im Sinne von, steh doch zu deinem Ego. Steh doch zu dem, was dich ausmacht. Und das Interessante ist nämlich, wenn wir zu dem stehen, was viele Menschen übrigens fälschlicherweise dann Authentizität nennen, anderes Thema. Aber wenn wir zu dem stehen, wie wir sind, dann gibt es einfach ganz viele Menschen, die das wahnsinnig attraktiv finden, die das wahnsinnig toll finden. Und so wie wir sind, wenn wir das sagen, dann findet man nämlich auch die richtigen Partnerinnen und Partner. Nicht, wenn wir uns verkleiden und wenn wir uns anders geben und beim Date ganz anders sein und vielleicht auch auf den Parships und Tinders dieser Welt dann ganz anders geben und dann in der Realität mühsam versuchen, das Bild aufrecht zu erhalten, aber von Anfang der Beziehung dann quasi immer so ein bisschen einen Kampf haben, mit uns selber vor allem, weil wir da ein Bild aufgebaut haben, was wir eigentlich nicht sind. Ich sage es ganz konkret, also weiß ich nicht, wenn du ein völlig entspannter Mensch bist und gern chillst am Sonntag und da jetzt nicht immer die Welt niederreißen willst, aber du glaubst halt, du findest besser einen Partner, eine Partnerin, wenn du reinschreibst, sehr aktiv, immer auf Achse, Wandern und Bewegung und so weiter, ist mir wahnsinnig wichtig, dann findest du vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, weil das Element eben total wichtig ist und das hält erst ein paar Wochen, ein paar Monate durch. Aber irgendwann wird es halt mühsam. Und das war jetzt auch so ein Beispiel, ich glaube, es wäre viel klüger, dann einfach zu warten auf den Partner, die Partnerin, die ebenso gern chillt am Sonntag. Das war jetzt ein sehr oberflächliches Beispiel, es geht eigentlich um viel subtilere Signale, die man macht. Wenn man einfach ein laissez-faire Mensch ist, einfach sehr, sehr cool und entspannt ist, aber glaubt, man muss einen Gentleman geben oder die feine Dame geben. Und das ist jetzt schon körpersprachlich. Oder wenn Menschen am Unternehmen immer weiter nach oben kommen, eigentlich sich total wohl fühlen, Beispiel direkt im Verkauf. Ja, Wahnsinn. Ich habe einmal einen Automechaniker gehabt, der hat wahnsinnig gern an Autos herumgeschaut und der war so erfolgreich, die Kunden waren so zufrieden mit ihm, der hat ein Riesengeschäft gemacht, war bei einem großen deutschen Autohersteller und der war so erfolgreich, dass er dann zum Chef von allen geworden ist. Er wurde Werkstattchef. Und als Werkstattchef hast du mit einem Auto nichts mehr zu tun. Du schraubst nicht mehr herum. Sondern du hast nur mit Kunden zu tun, mit Einteilungen zu tun, mit Personal zu tun und so weiter. Und das, was der irgendwann einmal gemacht hat, der hat gesagt, das ist nicht meine Welt, hat den Job gekündigt und hat selber ganz eine kleine Werkstatt aufgemacht. Nur für sich allein, weil er gern an Autos herumgeschraubt hat. Weißt du, was ich dir sagen will? Wenn man den Schritt da oben macht, manchmal muss man ausprobieren. Aber insgesamt, wenn man sich wohler fühlt mit etwas anderem, dann wird man plötzlich unglaublich stabil in seinem Ego. Und jetzt gibt es ein paar Menschen und es gibt ein paar Funktionen in deinem Leben, ein paar Positionen auch in der Firma, die wirst du damit nicht erreichen. Weil die wollen andere Menschen dafür haben. Es ist so. Du wirst manche Partner nicht bekommen, weil die wollen das nicht. Der Punkt ist aber, dass du damit auch so ein stabiles Ego hast, dass du auf der anderen Seite unglaublich viele Menschen anziehen wirst. Unglaublich viele Menschen. Und alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, wir müssen echt aufpassen, nicht zu sagen, das ist mir egal, was alle anderen sagen. Das habe ich nie gesagt jetzt. Es ist mir sehr wichtig, was andere sagen, weil wir leben in einem sozialen Umfeld. Wir halten alle zusammen. Aber entscheidend ist schon nur das zu tun, was uns wirklich nahe steht, was wir wirklich gern tun. Ich bringe vielleicht ganz am Schluss, ihr kennt mich ja, ich bewege mich sehr schnell. Ich bewege mich viel, ich bewege mich schnell. Wenn ich live auf der Bühne bin, dann laufe ich hin und her und so weiter. Und es gibt manche Menschen, denen gefällt das wahnsinnig gut. Also von meinem Publikum, der Großteil der Menschen sagt, sie mögen diese Lebendigkeit. Aber ich sage ganz genau dazu, es gibt Leute, die nervt es, die sagen, kannst nicht einfach einmal, Entschuldigung, die Hände ruhig halten und ganz ruhig reden. Kann ich schon. Und ich weiß, dass das manche Menschen unglaublich gut können. Aber soll ich aber sagen, ich muss mich zusammenreißen. Weil eigentlich würde ich jetzt schon lieber mich bewegen, etwas sagen, etwas tun. Und ich stehe einfach dazu. Ich bin ein Mensch, der sich hochfrequent und mit großer Amplitude bewegt. Ich rede mit den Händen sehr viel. Ich mache sehr viel mit dem Gesicht. Und ich versuche es nicht, jedem recht zu machen. Sondern ich drücke meine Gedanken so aus, wie es mir mitgegeben wurde von Beginn an. Und damit habe ich beides erreicht. Und zwar, ich erreiche Menschen und ich mache es denen recht, die genau das haben wollen. Erstens. Und zweitens ist es eben nicht so, dass ich sage, es ist mir egal, was die Leute von mir denken. Nein. Ich will ja so mit denen reden, dass sie eine Freude haben, mir zuzuhören. Auch in meinem privaten Umfeld, dass sie Freude haben, mit mir Zeit zu verbringen. Und das ist es, glaube ich. Ich glaube, wir müssen viel weniger daran denken, alles das zu tun, was alle anderen wollen von uns. Sondern wir sollen viel mehr das tun, wofür wir geschaffen wurden. Und dann gibt es Menschen, die darauf stehen. Es gibt Jobs, die genau das von uns haben wollen. Ja, abschließend, vielleicht muss man sich halt da auch von gewissen Positionen, von gewissen Jobs verabschieden. Das muss man natürlich sagen. Also, ich kann auch nicht im Vorstand vom VW gehen. Also, mit meinen Bewegungen, glaube ich, hätten es da keine Freude. Da muss man, glaube ich, eher so reden und solche Handbewegungen machen. Die mache ich seltener. Also, das war jetzt ein bisschen natürlich ein bisschen keck gemeint. Aber man muss auch zu gewissen Dingen Nein sagen im Leben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Gib mir dein Feedback dazu. Und teile es bitte gerne genau mit den Menschen, die oberflächlich die Einzigartigkeit wollen, aber unten drunter ganz viel Wert drauf legen, Zustimmung von anderen zu bekommen. Bitteig.